Frenkel Frotzelt Heute Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Tag i Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Euro Truck Simulator 2 Heute mit was ganz Besonderem Eigentlich wäre ja an der Reihe die Folge 364 Aber es ist ja diese Mod erschienen Die einen Multiplayer möglich machen soll Angeblich soll das funktionieren Und das möchte ich ausprobieren Für mich und natürlich auch für euch Und ihr seht schon links oben, da steht Alpha Ja, das ist also eine Version, die ist weit von der Fertigstellung entfernt Mal schauen, man kann nicht so allzu viel erwarten Außer Bugs und Abstürze, denke ich Ja, ich habe aus Angst, dass mein Hauptprofil irgendwie einen Schaden kriegt Wenn man wieder Alpha rumdokt hat Habe ich mal ein neues Profil erstellt Hat ja auch geheißen, man kann ein neues Profil verwenden Oder ein bereits vorhandenes Soll also beides funktionieren Und wenn ihr hier jetzt mal schnell guckt Ich habe hier keine Mods aktiviert Das sind noch die Cheat Mods Mit denen man im Einzelspielermodus ein bisschen schneller nach oben kommt Die sind nicht aktiviert Es wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren Im Multiplayer, denke ich mal Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein Gibt da so ein bisschen was zu erklären noch dazu Das mache ich dann auch gleich Aber jetzt schauen wir erstmal, was passiert Connecting to EU Nummer 1 Server steht da Rechts oben steht Online und No Collisions Area Das No Collisions heißt, glaube ich Dass man in Städten nicht mit anderen LKWs zusammenkrachen kann Das hat so wohl seinen Sinn Weil das anscheinend öfter vorkam So, ich habe das jetzt soweit vorbereitet Dass das jetzt die Tutorial Mission ist Ich habe also quasi keinen eigenen Truck noch Sondern einen normalen Auftrag Ich soll von Nürnberg nach Nürnberg Autoteile fahren Das machen wir als allererstes Ähm, ja Was muss ich noch dazu wissen Wenn ich Backspace drücke Ich habe hier immer ausgedruckt, was es für Befehle gibt Sehe ich hier zum Beispiel, wer alles in der Nähe ist Ich bin ja in Nürnberg unterwegs Weil ich wie immer in Nürnberg meinen Sitz habe Ähm, was geht noch? Ähm, man kann einen Chat öffnen Mit Y angeblich Tatsächlich Da kann ich jetzt sowas eingeben wie zum Beispiel Ähm, Schrägstrich Players Dann sagt er mal, wie viele Leute da auf dem Server sind 558 Aha, das ist ganz ordentlich Und, äh, ja Dann würde ich sagen, legen wir los Ähm, wenn ihr den Multiplayer selber ausprobieren wollt Das fahre ich einfach mal Dann, ähm, gibt es dazu was Wichtiges zu sagen Ich, äh, schaue hier gerade mal meinen Huch, was war das? Irgendwas hat er gerade gehüpft Ah! Oh! Ah, schaut an Aha! Schaut mal an hier, da ist ein Kollege Hupe ich doch gleich mal Ihr seht jetzt auch, warum die Kollisionen aus sind Weil wenn der nämlich an derselben Stelle auftaucht Dann, äh, würde es ja krachen Und das darf nicht passieren Das Ganze hier funktioniert nur mit der Steam-Version des Spiels Ja, das wollte ich euch gerade auch noch erklären Das ist aber kein Problem Ich hatte auch nicht die Steam-Version Ich hatte auch eine Kauf-Version Man kann jetzt aber Wo musst du überhaupt hin? Rechts abbiegen Man kann, ähm Wenn man die, äh, den CD-Key eingibt Bei Steam Den ganz normalen CD-Key von der Kauf-Version Von der Packungs-Version Dann, ähm Ja, kann man den einsetzen Wie eine normale Aktivierung Von jedem anderen Spiel auch Das heißt, ich habe jetzt eine Steam-Version Und habe das im Steam-Ordner installiert Habe aber meine alte Installation auch noch behalten Das heißt, ich habe jetzt beide Installationen Das ist, glaube ich, manchmal auch ganz nützlich vielleicht Das muss ich hier rein Ähm, und, äh Ja, wenn ihr das auch so macht Müsst ihr nur eins beachten Die Save-Games Die nimmt das sich automatisch alle aus dem gleichen Ordner Also da gibt es dann keine unterschiedlichen Save-Games Da müsst ihr dann im Zweifel Save-Games kopieren Ähm Jetzt muss ich ja einparken, ne? Das ist ja Ah, da, schaut Da ist wieder ein Kollege hier Nochmal gehupt So, jetzt, äh Will sich der aber da hoffentlich nicht reindrängeln, ne? Oder? Ich bin dran hier, oder? Ich war eher da, oder? So, schauen wir mal, ob wir das jetzt schaffen Weil jetzt stehe ich ein bisschen so blöd Ich sehe nämlich gar nicht, wo es hingeht Ich komme mir gerade wieder vor wie der totale Anfänger Der Arsch! Hat sich da reingedrängelt? Hau ab! Fahr raus! Verpiss dich! Also ich kann jetzt wahrscheinlich auch gleichzeitig einparken Das ist der Sinn dieser No-Collisions-Area Nur ich sehe nicht richtig Deswegen, äh Bin ich froh, wenn der sich da mal verpieselt Dankeschön, Arschloch So, ja du kannst gerne weiterfahren Du interessierst mich nicht, du Arsch Du Du Vordrängler Oder war es ein ganz anderer, der hier gespawnt ist? Kann auch sein So, jetzt sollen wir ein bisschen nach rechts einschlagen hier Sonst wird das nix mehr, Herr Frenkel Mein erster Multiplayer-Einpark-Versuch Ähm, ja, vielleicht habt ihr's gemerkt Stopp! Ich habe keine anderen Autos Hä, verspätet? Warum verspätet? Ich hab null verdient, wieso? Hallo? Arschgesicht? Ich hab auch keine Erfahrungspunkte, oder wat? Das kann natürlich daran liegen, dass ich das, ähm Ja, jetzt hab ich hier meine Garage Ähm, ja, es gibt keinen KI-Verkehr Momentan noch Ich sag ja, es ist eine Alpha, Leute Da dürft ihr nicht so viel erwarten Bla, bla, bla Viel Glück, das kennen wir ja alles So Ähm, jetzt kann ich nicht mehr fahren Weil ich meinen Auftrag abgegeben habe Ich hab keinen eigenen Truck Das heißt, ich bau jetzt einen schnellen Auftrag, ne? Genau So Lucky, lucky machen Hallo? Kein Auftrag vorhanden Warum? Hallo? Das ist doch zum Kotzen Warum geht das jetzt nicht? Es sind überhaupt keine Aufträge da Ich kann auch nix machen, weil, wie gesagt Ich kann ja nicht mal rumfahren Scheiße Ähm Wartet mal, das müssen wir jetzt mal ausprobieren Ich, ähm Ich lade jetzt diesen Spielstand nochmal Das ist der Startpunkt gewesen Jetzt muss ich mal ausprobieren Was passiert, wenn ich hier den Auftrag abbreche Und versuche einen neuen anzunehmen Ob das geht? Das ist ja eine Frechheit Ähm Ja, dass ich da verspätet bin Da steht da Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald Das kann natürlich daran liegen Dass ich das vorbereitet habe Und, äh Ich hatte das gespeichert quasi Und, ähm Auf dem Server wird die Zeit weiter fortgelaufen sein Man kann also wahrscheinlich dann Verspätet dran sein Wenn man das nicht sofort wegfährt Weil die Zeit auf dem Server weiterläuft Das wäre logisch Äh Jetzt, äh Wartet mal Äh Das war jetzt ein bisschen doof Jetzt warte mal Auftrag abbrechen Abbrechen ihres ersten Auftrags Nicht möglich Dafür hätte auch niemand Verständnis Fick doch die scheiß Waldfee Ich kann nix machen Das ist doch bescheuert Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ältere Spielstände Autospeicherung Vom siebten hab ich aber keine Keine aktuelle, ne? Doch, da oben Äh, was ist da unten? Da lieg's unten Da versucht gerade ein Keine Ahnung Spanier mit mir zu reden oder wat? Ja, ich möchte ihn laden Weil ich muss ja ausprobieren Ich möchte ja gerne Aufträge annehmen Ja Du könntest einen LKW kaufen Oder einen aus deiner Flotte auswählen Ich habe keinen Deswegen ja Schneller Auftrag Aber da ist nix Das ist buggy hier Das funktioniert nicht Ich muss mal schauen Woran das liegt, ja? Ähm Wir unterbrechen an der Stelle mal Und dann melde ich mich wieder Das ist doch doof, ey So, da bin ich wieder Ähm Ich habe jetzt einfach mal Im Einzelspielermodus Den Tutorial Nochmal gespielt Und jetzt Mir einen neuen Auftrag genommen Und schauen, ob das jetzt geht Jetzt kann ich fahren Von Nürnberg nach Frankfurt Möbel Und das machen wir jetzt So, das ist natürlich Nicht der Sinn der Übung Aber ich wollte einfach mal schauen Was passiert, ähm Wenn ich im Einzelspieler Es ist so, ich habe jetzt nachgeguckt Im Internet ein bisschen Und da hieß es Jetzt ist es auch hier schon wieder verspätet, ne? Weil ich den schon angenommen habe Im Einzelspielermodus Das ist ja voll fies, ey Also irgendwas funktioniert da noch nicht so richtig Also ich habe im Internet mal ein bisschen geguckt Und da hieß es irgendwie Dass das, äh Dass mehrere Leute das Problem haben Oder gar alle Dass es anscheinend offensichtlich Momentan nicht geht Oh, oh Knapp, knapp, knapp Dass man, ähm Solche schnellen Aufträge annimmt Das ist natürlich völliger Blödsinn Weil eigentlich sollte das funktionieren Und, ähm Jetzt steht da irgendwie Als Ratschlagstand da Ich soll, ähm Quasi Im Einzelspielermodus Das Ganze erstmal Stopp, stopp, stopp Im Einzelspielermodus Das Ganze spielen Bis man einen eigenen Truck hat Und dann kann man ja Aufträge überall annehmen So, als Selbstständiger Das wollte ich jetzt aber nicht direkt machen Ich möchte jetzt ausprobieren Ob das funktioniert Wenn ich das hier jetzt gefahren bin Ob es dann geht Dass ich hier Aufträge annehmen kann Weil es ist ja Schwachsinn Also ich bin hundertprozentig sicher Die Entwickler haben geschrieben Dass man auch ein neues Profil verwenden kann Und wenn die das schreiben Dann heißt das ja Man hat noch keinen Truck Und das heißt ja Das müsste funktionieren Warum das jetzt nicht geht Weiß ich nicht Aber wie ihr sagt Es ist halt eine Alpha So, und jetzt fahre ich einfach mal Nach Frankfurt Mach dort meinen Auftrag Und gucke dann Ob ich da einen weiteren Neuen Auftrag kriege Falls das nicht funktioniert Dann müsste ich eben wahrscheinlich Wirklich im Einzelspielermodus Ähm Soweit fahren Dass ich einen eigenen Truck Mehr leisten kann Das würde ich mir dann Im Endeffekt wahrscheinlich Sogar das zusammencheaten Weil da habe ich jetzt Keinen Bock drauf Und wie gesagt Mein altes Profil Mein Hauptprofil Möchte ich nicht nehmen Das ist mir zu riskant Nicht, dass da irgendwas Zerschießt Jetzt habe ich die Non-Collision Zone verlassen Okay Und Post habe ich außerdem Jetzt schaue ich mal In den Briefkasten hier rein Oh Ich kann während der Fahrt Nicht nachschauen Das ist ja schon mal anders Als im Singleplayer Okay Da fällt mir gerade was ein Das ist die Strecke hier Nürnberg-Frankfurt Die sind wir im Truck Racing gefahren Ich habe ja ein Truck Rennen mal veranstaltet Mit euch Offline Das kam total gut an War aber vom Aufwand her Zu hoch für mich Zu groß für mich Deswegen kann ich das jetzt Sich einfach so wiederholen Ich habe mir jetzt überlegt Was machen wir denn überhaupt Mit dem Multiplayer Wenn der mal funktioniert Und im Prinzip Wäre es natürlich sinnvoll Wenn ich irgendwie was Zusammen mit den Zuschauern mache Da hätte ich schon Bock drauf Mit einigen Zuschauern natürlich Mit allen wird nicht funktionieren Und da könnte man Einen Livestream machen zum Beispiel Oder eben Dass man auch ein Rennen macht Und das sollte ja eigentlich Auch funktionieren Ohne Auftragsannahme Dann könnte man ja theoretisch Sogar mal ein Rennen machen Dann müsste man aber Da könnte er nicht 30 Mann teilnehmen Oder so Die dann gleichzeitig Durch die Gegend rasen Sondern Da müsste man das vielleicht In Vierergruppen aufteilen Moment ich muss hier nochmal Geradeaus Und dann über Qualifikation Das machen Dass dann immer von Vieren Immer einer weiterkommt Dazu muss ich jetzt mir aber Erstmal diese Version genau anschauen Ich muss auch nochmal Mit meinem Mod-Experten sprechen Dem Darcy Und mit so dem einen Oder anderen noch Experten Ich habe noch jemanden Der für mich gerne Ein Truck Racing Nochmal organisiert hätte Vielleicht hat er ja auch Bock Das für mich irgendwie Ein bisschen im Multiplayer Zu unterstützen Und dann können wir mal gucken Ob das Sinn macht Das heißt Ihr braucht euch jetzt Nicht bei mir melden Und schreiben Ey Mann ja klar Oh Mann ich mache mit Beim Truck Rennen Das hat jetzt noch keinen Sinn Also es bringt jetzt noch nichts Wenn ihr euch bewerbt Ich würde dazu Ein extra Video machen Wo ich da die Bewerbungsvoraussetzungen Auch erwähne Und so Das könnte ich mir vorstellen Dass man das macht Ähm ich weiß auch sonst Aber jetzt schauen wir mal Wie das jetzt hier läuft Ob das hier geht Wenn ich jetzt noch nicht Wenn ich jetzt dann Laufen Ach da ist noch jemand 20 Minuten Ja Jawohl Na gut Ja man muss für alles Anhalten Das ist eigentlich gar nicht Mal so dumm Das ist eigentlich ganz cool Dass man da anhalten soll Kann man nicht während der Fahrt Irgendeinen Scheiß treiben So telefonieren mit dem Handy Und so ne Ja ähm Wir sind jetzt schon am Ende Dieser Episode Also ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Es hat sich ein bisschen was gebracht Dass ich euch das zeigen konnte Auch die Macken Die noch da sind Wenn euch das gefallen hat Lasst mir ein Like da Wir machen noch auf jeden Fall Eine zweite Multiplayer Folge Weil ihr ja natürlich wissen wollt Wie es ausgeht Ob ich dort ankomme Und dort auch wirklich ablesern kann Und dann sehen wir uns In der nächsten Episode Nochmal wieder Und dann schauen wir mal Wie es weiter geht Ich sag danke Und ciao ciao